Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Announcement von Chris. Es geht um unser Counter-Strike 1.6 Team, welches sich heute Abend gegen Ultimate Gaming auf der Karte DE Nuke schlagen wird. Das Ganze beginnt um 20 Uhr und der BlankTV-Link sowie der Match-Link werden natürlich wieder in die Videobeschreibung gepostet. Was noch dazu zu sagen ist, wir haben direkt im Anschluss das Counter-Strike-Source-Spiel, welches nochmal ein separates Video bekommt. Ich hoffe, ihr werdet alle zahlreich erscheinen und genießt mit uns gemeinsam das Match. Bis dahin und auf Wiedersehen!